Moin Leute, ich bin hier am Ort des Geschehens, ich bin hier auf einer großen Wiese in der Nähe der Baustelle und wie es so der Zufall wollte, ist heute wieder Freitag, sprich, heute wird da nicht gearbeitet. Ja, und deswegen warten wir mal bis Montag ab, ob da was passiert, dann werde ich da wieder neue Aufnahmen machen. Ansonsten Dienstag, so wie letzte Woche, oder diese Woche besser gesagt. Letzte Woche war ja auch Freitag, also Freitag war da nichts los. Ja, und ja, heute ist wieder Freitag, früh am Morgen und warten wir mal das Wochenende ab. In der Zeit werde ich, denke ich mal, ein paar neue Let's Plays hochladen. Ist ja normalerweise das Hauptthema von meinem Kanal, aber momentan ist die Priorität eigentlich auf die Baustelle gesetzt. Und ja, ich sag dann mal, bis übers Wochenende am Montag oder Dienstag. Ciao. .